Am Samstag stand die erste Bahneinheit des Trainingsdagers an. Wir waren wieder eine echt große Gruppe, die teilweise zusammen trainiert hat. Flo und ich haben erst 2000 und 1200 Meter in einem zügigen Tempo gemacht, dann 1000 Meter sehr schnell und anschließend wieder einen ruhigen Tausender. Zum Abschluss gab es dann noch mal zwei richtig schnelle 500er. Die ruhigen Läufe sind jetzt geschafft. Jetzt werden die Spikes angezogen für den schnellen Tausender. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Musik Das war ein gutes Programm. Das war sehr schön. Die Jungs haben auch gut mitgemacht. Ja, ganz schön hart. Die ersten zwei Läufe waren ruhig. Und dann haben wir einen schnellen Tausender, ungefähr 2,30. Und dann zwei Minuten Pause wieder. Dann 1.000 ruhig oder ruhiger. Und dann nochmal 2x500 schnell. Und die 1.000 nachzustellen, da haben sich die beiden schon ganz schön müde angefühlt. Aber ging schon. Und dann die 500er waren einfach geknallt. Und was habt ihr für Laktat gehabt am Schluss? Habt ihr nochmal genommen? Das müsst ihr in den Flug fahren. Ich hab gar nichts genommen. Was für Laktat hattest du ganz am Schluss? Ich glaube, wir hatten einen Messfehler. Das Messen ist immer ein bisschen schwierig. Super, Mats! Im Endeffekt haben wir falsch gemessen. Ist auch nicht so wichtig bei dem Programm. Wäre interessant zu wissen. Aber ansonsten kommt es auch viel aufs Gefühl drauf an. Gut. Und das war gut? Das war sehr gut. Super, sah auch gut aus. Danke.